Ich glaube jetzt haben wir schon mal die schlimmsten, na wer weiß, vielleicht kommen noch die schlimmsten Meter, aber ich hoffe mal, wir haben jetzt die schlimmsten Meter hinter uns. So, alle von uns sind jetzt eigentlich mehr oder weniger, wieder komplett nass. Boah, so was Ferniges habe ich selbst in Alaska noch nicht erlebt. Ich sag mal so, wer mit dem Fahrrad nach Island fährt, sollte Lust haben zu bleiben, aber an sich das Fahrradreisen ist, würde ich sagen, eine der schönsten Arten überhaupt voranzukommen, weil man wirklich die Landschaft wirklich erfährt. Wir waren komplett von uns, komplett allein in der Natur, wir haben auch wirklich niemanden getroffen haben und die Landschaft wirklich war es halt einmal. Es ist wirklich so wunderschön. Vielen Dank. Vielen Dank.